Die Firma BKB ist an der Wolfgrabenstraße 1A in Langnau am Albis. Die Einzelfirma wurde im Mai 2006 gegründet. Die Kernkompetenzen der Firma BKB sind Buchhaltungen erfassen, Jahresabschlüsse, Steuerdeklarationen und Mehrwertsteuerabrechnungen erstellen, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltungen, Mahn- und Inkasso-Wesen, Sekretariatsarbeiten sowie allgemeine Treuhandarbeiten. Wenn Sie auf der Suche nach einer erstklassigen Betreuung sind, damit Sie sich voll und ganz Ihrem Kerngeschäft widmen können, dann sind Sie bei der Firma BKB an der richtigen Adresse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bei der Firma BKB-Verstöne.